So, wundert euch nicht, moin erstmal, wir haben unsere Helme mal ein bisschen geändert hier. Ich hab jetzt hier so einen Maulwurf und die Chefin ist so geblieben, wie sie war. Doch, ich bin bereit, ich bin voller Tatendrang. Ja, dann werden wir jetzt mal die letzte Kampagne des Finales in Angriff nehmen. Die vorletzte. Vorletzte. Ach ja, stimmt, ich sag jetzt erstmal, ach so, ja, die Stahltribüne. Deswegen das, was sie gesagt hat, ey, dann werden wir doch fertig. Ah, halt, stopp, 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 verdammt, nein, abbrechen, shit. Haben sie jetzt gemacht? Ja, ich hab Mist gebaut. Ja, hab ich gemerkt. Ich war diesmal ein bisschen schnell, schnell, Stahltribüne. So, so sieht das schon besser aus. So. Dann haben wir natürlich jetzt erst die Besprechung. Logischerweise. Ja, denke ich auch mal. Wo ist er? Wer steht er denn? Ach, hinter uns. Ah, hier vorne. Ja, ja. Okay, dann gehen wir mal hin. Oh, diesmal haben wir eine Toilette. Ja, halt, Dixi-Clo. So, wir sprechen mal mit ihm. Ja, sprechen wir mit ihm. Okay, ich würde sehen. Psst. In den römischen Amphitheatern gab es nahezu perfekte Akustik. Die Darstellerinnen und Darsteller waren auch ohne Mikrofone gut zu hören. Natürlich haben wir modernste Technik, aber die Probleme bleiben dieselben. Es gibt hier nur wenig Platz und vermutlich viele lauter Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach langer Diskussion sind wir zum Ergebnis gekommen, dass eine Stahltribüne gebaut werden muss, die auch bei schlechtem Wetter standhält und den oberen Abschluss des Tribünensystems bildet. Ich kann das Endresultat kaum erwarten. Viel Erfolg. Ja, danke. Also, wir haben ja schon mal in der Vergangenheit eine Tribüne gebaut, wenn ihr euch erinnern könnt. Im ersten Teil. Ja, das stimmt. So, und jetzt müssen wir ebnen. Und das ist wieder Finchys Aufgabe. Ach du, David, die kommt hier oben hin. Aber erst mal ein bisschen die LKW ist hier weg, die Pumpe muss weg. Ne. Achso, warte mal, ich fahre die an der Seite. Achso, sie wollen über die Platten fahren, ja klar. Macht Sinn. Ich fahre den eben weg. Dann schieben sie das hier alles rüber, ne? Eieieiei, dann wird hier oben noch die Stahltribüne. Eieieiei, dann wird ja hier ein Riesen-Arenra... Ach, ne? Ein Riesen-Anal wird das. Ja, schön, dass ihr euer Spaß habt. Natürlich. Natürlich, natürlich. Das wird ja ein Riesen-Anal. So, dann gucken wir mal, wie der Herr Finch das hier hinkriegt mit den Ebenen. Gibt es das alles in das Loch? Ja. Ja, dann muss er erst mal zu einem Loch hinkommen. Fahren sie am besten einmal hier rum. Hier, 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 hier. Hier und dann schieben sie es von hier, da so. Ja, dann wird ein bisschen schwierig, ne? Ach, Herr Finch kann das jetzt... Ich glaube, wir wieder wohl von hier erst mal machen müssen. Ja, oder von hier da. Ja, gucken Sie mal, wie der fährt. Der fährt wie auf Schienen. Äh. Die sitzen hier noch, die werden abgeschirmt. Oh, hier soll eine Riesentribüne hin. Leckt mich am Arsch. Nein, lieber nicht. So, schieben Sie es nach links so rüber. Ja, schiebt Sie ins Loch. Ja, ja, genau. Stell dich schon genau. Und ab geht's. Ab geht die Wilde Fahrt. Null Prozent, was ist da los? Zwei Prozent, jetzt kommt er. Drei Prozent. Oh, ja, der Einsatz ist sehr groß. Sieben Prozent, okay. Ja, er muss sich ja selber erst mal einen Weg machen. Ja, ja, genau. Er muss ja erst mal voröppeln. Zehn. Jawohl. Er ebnet sich sozusagen selber erst mal. Aber ich sehe das schon kommen, Herr Hoxton. Wir müssen gleich wieder ausgraben. Ja, ich denke auch. Ich denke, wir brauchen auch wahrscheinlich, ich habe so ein dummes Gefühl, Drehbaugerät und so. Ja, es könnte passieren, ja. Ja, sieht gut aus. Ja, 17, 17 weiter. Ja, wunderbar. Perfektus. Macht das sehr gut. Ja, der hat das drauf, ja. Ja, sieht echt gut aus. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, 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 ja. War ja, der ist 40 Prozent, ne? Oh. Ich meine, die Hälfte hat mich ein bisschen stutzendlich macht. 43. Ja, mich macht das nicht stutzendlich, aber... Noch ein bisschen komisch, irgendwie. Na ja, gut, er hat ja da noch ein paar Bahnen. Kann ich nicht von hier oben besser zugucken? Oh. Ich habe mir die Zähne ausgehauen. Ach Gott. Jetzt geht es besser. Ach, er klemmert schon wieder überall drauf, der Hoxton. Ich habe mir die Zähne weggeklatscht, ey. Ja, super. Ich bin schlimmer. Zahnen Sie eigentlich einen Zahnzusatz? Tja. Zahlen Sie das? Das kommt drauf an. Ja, wie, das kommt drauf an. Auch was denn? Das ist der Bonus, sozusagen. Mhm. Der Bono? Mhm. Pro Bono. Ey. Muss mal ein bisschen Platz schaffen, hier. Muss ein bisschen Platz schaffen. Ich muss auch nochmal den Tieflader mal zur Seite fahren. Besteht nämlich auch nicht gut hier. Ja. Komm, den fahre ich auch mal zur Seite. Ich kann Ihnen ja mal helfen, warten wir mal. Ne, brauchen Sie nicht. Passt schon. Mal hier einfach ein bisschen Platz. Tieflader brauchen wir ja immer nur, wenn irgendwelche schweren Teile sind. Ich denke mal, für die Tribüne werden wir auch richtig schwere Teile brauchen, die ich mache von aus. Ich weiß das noch nicht. Naja. Finchi, du machst das gut. Ja, du machst das perfekt. 70 Prozent schon. 76. 77. Ja, hier ist ja noch ein Haufen. Ja, 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 ja. Ja, macht das ganz zu. Ihr guckt euch das an. 78. Da war eine Riesenlücke, ne? Da ist alles zu. Ja, ja. 80. 81. 82, 83. Am besten hier noch rüber, hier so in das Loch hier, verfüllen, 84, 84, 85, sehr gut, sehr gut ich sehe schon wieder die letzten die letzten prozente werden wieder hier gleich noch mal von hier drüber 90 da noch ist auch immer zu da muss aus dem bereich rausschieben 94 ja aus dem bereich raus 97 100 rein in den bereich jawoll genau finchi fährt raus groß wie die tribüne aber nicht ja ich weiß nicht ob das die vielleicht kommen da zwei hin ja so kommen wir gehen mal raus ja warten sie lassen sie den finish erstmal ja ich bin da kommen sie raus bin raus bereich ausheben ich hab's geahnt moment da unten der bereich muss ausgehoben werden also wieder dasselbe wie sonst auch ja hier holt die bugger und ich hole den kipper jawohl wo ist der kipper eigentlich da machen wir auch wieder ein bisschen geld ne mhm 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 gesundheit diese abgesperrten bereiche damit den piloten wofür sind die gedacht dass ihr euch dahin stellt er macht ja keinen sinn oder dass du dich dahin stellt das war ich doch ich stelle mich wie meine mitte der möhler was ihr beide hier rankommt liegt jetzt an euch ob ihr das jetzt schafft bei mir was reinzuschmeißen oder nicht ansonsten stelle ich mich nur bei einem hin das ist aber doof ja was willst du denn machen du kommst da nicht ran kannst du vergessen wenn ich mich hier hinstelle kommst du nicht ran ich kann mich nur bei einem hinstellen ich stelle mich bei der chefin hin ne 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 komm ich stelle mich bei der weich bleib mal so wir können ja nicht immer drehen damit du gerade dann rein schmeißt wir machen mal licht an warte mal steffin ja bitte wir machen das mal so wie ich letztens gesagt habe mal einen zweiten kipper auslagern zweiten kipper ja und den stelle ich ihn da hin und dann spring ich immer von einzelnen von eins zum anderen genau dann verkaufst du immer nur richtig ach so so meinen sie da ihr macht ihn voll und ich springe mal von einem in den anderen rein ja der zweite ist ausgelagert nachdem warten sie ich bin da mal rein der zweite ist ausgelagert dann ist der hier ja dann mache ich auch eine schnellreise dahin und ich fahre und ich verkaufe dann immer nur okay weil in den in den scania passt nicht viel rein weil der nur ein dreiechser ist habe ich hatten wir nur werden noch zwei dieselben oder gucken sie mal ob sie das haben weil dann können ich steige mal aus dem scania ja oder ich gucke mal selber nach ja wir haben zwei ja 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 dann lagern sie den scania wieder ein und ich springe in den anderen ja ich mache den rein und den aus ok ok dann springe ich da rein und ich springe immer von einem anderen und verkaufe nur jawohl dann machen wir schon acht machen wir dann 16.000 jawohl 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 macht aber wohl eher sinn rt 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 Wo ist denn der, Rocksten? Ja, ich bin aufm Weg dahin. Ach, sure. Ja, es meckern sie ja, wenn ich ne 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 mach ... Ne 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 ne? Ach, ach! Ach Gott. Du Wichser! Also, mit dem KI-Verkehr habe ich schon mal besser gesehen. Da kommt er. Da kommt er. Da müssen wir ihn zwischen den Bäumchen da unten sehen. Gleich, wenn er da hinten raus ist. Wahrscheinlich ist der LKW beim Fin schon voll, ne? Fast. Okay. Nimm mal kleine Schäufelchen für Sie. Schäufelchen? Ja. So, da ist er jetzt gleich an dem Tretboot in Seenot. Da kommt er. Oh, da ruckelt er. Da kommt er gestöckelt, gehüppelt. Ja, das lief schon mal besser. Das war schon mal zügiger. Ja, ja, das war von der Performance her schon viel besser mal. Ja. Aber dafür gab es halt andere Probleme, ne? Na ja. Dafür haben sie die eine Sache erledigt und dafür ist die andere Sache wieder kacke. Mhm. So, ich komme mal da hin. Und zwar stelle ich mich genauso hin, wie ich da hinten, ne? Und dann brauchen sie nur Rindrain. Ja, 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 ja. So, ich komme mal hochkwärts. Mhm. Ja, nur ein Stuckel. Ein kleines Stuckel. Stopp. Ja. Hauen Sie rein. Das sollte eigentlich funktionieren. Nuckel. So, hier raus, in den anderen rein und verkaufen. Ja, der andere ist noch nicht voll. Ja, warten Sie mal. Na, steigen wir ein. Ja, da kannst du noch. Da kannst du noch was reinpacken. Ja, ein Schippchen, noch zwei, drei. Dann passt das. Wenn man einmal ja richtig voll, ne? Richtig. Oh, ich habe hier wieder so einen kleinen Hügel. Warte mal, ich fahre mal, weil ich habe hier einen Hügel. Ja, du mal, bleib da, bleib da, bleib da. Ja, 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 ja. Wenn noch ein Stück vor. Ey, da müsste reichen, weil da kann ich hier vorne was wegnehmen. Ja, alles klar. Ja, ich verkaufe. Jupp. So, die erste Schippe haben wir jetzt schon mal weg. 7,9. So, jetzt in den anderen rein. Das wird jetzt ein bisschen in den Teergerennen, aber was soll's. Der andere ist aber noch nicht voll, da kommen noch Schippen. Ja, schippen Sie mal. Der ist halb voll gerade. Der ist etwas überhalb. Ja, Sie können auch mal etwas weiter. Ich fahre mal ein Stück vor, damit Sie mir mehr hinten reinwerfen. Ich schmeiß immer die Hälfte da. Da war, also, dann ist das wieder so ein Synchronisation-Ding, weil bei mir sah das nicht so aus. Mann, ey. Wenn du denn das ging. Aber ich muss sagen, die haben das echt gut hingekriegt mit den Baggern. Mit was haben sie gut hingekriegt? Mit dem Baggern. Ja, also, ich hab mal erlebt, dass wir das schon mal länger gebraucht haben für. Ja, auch so von der Optik her. Meinst du, ja? Können das richtig schön aussemmeln hier. Und wenn ihr gleich mal verkauft, das... Ja? Siehst du mal den LKW nach hinter mir? Ja, mach ich. Warte, ich komm mal rüber, weil hier dauert das noch ein bisschen hier. Komm mal rüber gelaufen. Ich versetz mal den LKW. Aber so machen wir mehr Geld. Das ist sinnig. Das stimmt. Auf jeden Fall. Als ob wir das jetzt nötig hätten, ne? Aber... Ja, aber klar. Aber dann einfach da irgendwo dahinter zu kippen, ist natürlich auch doof. Correct. Und einfach, wenn reicht. Gut. Jo. So, die Schippe hier verkaufe ich hier noch. Und dann sehen wir uns, wenn wir auch kurz vor Ende sind. Genau. Würde ich auch so sehen. Ja, sie schmeißen alles daneben, Chefin. Was ist los mit Ihnen? Ne, das ist ein Synchronisationsproblem, glaube ich. Warte mal. Ich mach jetzt noch mal ein Stück zu Ihnen. Und sie schmeißen mal hinten am Arsch hin. Schmeißen sie weg? Ja, da war ja wohl gar nichts. War nicht so viel drin, sagen wir mal so. Weil ich hab ja da nur so einen kleinen Rapsch. Na ja, sie haben... Ich hab einen kleinen, sagst du. Unglaublich. Naja, es fällt alles zur Seite runter. Ja, sag ich doch. Und so lohnt es sich dann nicht zu verkaufen, weil das ist ja... Aber Leute, wie gesagt, wir melden uns wieder, wenn wir kurz vor Ende sind. Ja, genau. Also, haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.